Kapitel 36, 12 Ach, schwierige Wörter, Fantasietexte Selbstständigkeit Für die Selbstständigkeit Traumland Herr Maas entscheidet sich für die Selbstständigkeit Ein händchenhaltendes Paar steht im Sinn Telearbeitsplätze Immer mehr Telearbeitsplätze Ein schlafender Mann wandert an Es gibt immer mehr Telearbeitsplätze Arbeitslose Versicherung Monatlich Arbeitslosenversicherung Er zahlt monatlich Arbeitslosenversicherung Die Welt hat sich auf den Kopf gestartet Ach, Fantasietexte Lachende Australier grüßen das Abendland Traumland Ein händchenhaltendes Paar steht im See Ein schlafender Mann wandert am Horizont Funkelnde Sterne schwimmen im Wasser Ein hellender Hund fliegt vorbei Die Welt hat sich auf den Kopf gestellt Lachende Australier grüßen das Abendland Die Welt hat sich auf den Kopf macht und es war lauspert die torture Die Welt ...